hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored Brickmo Witches und damit 873 damit kommen wir hier rein so gibt es hier noch irgendwelchen Loot zur Katalisation ach das war der, ach der Mechaniker schlissen um einen Haufen Blech und Kabel aber wenn mich der Stalala ein Stück näher bringt dann soll es so sein ach der ist ja unser Freund hier ne ich geh jetzt nach Hause hoffentlich habe ich noch einen Job wenn sie so jetzt könnten wir den Alpen helfen aber dadurch würden wir alle Leute da drin ja töten mit dem Giftgas äh deswegen tschüss mach ich nicht außerdem habe ich die Kombination ja sowieso erfunden zu ihm passt das schon so ja flussgefahren müssen wir hin damit haben wir alles erledigt hier ne hallo meine Freunde und tschüss hallochen oh ich bin wie der Wind wuuu 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 äh bin ich denn hier vorbeigelaufen ja ach da mit ihnen kommt nie Langeweile auf Daut mit ihnen kommt nie Langeweile auf Daut erweisen sie uns die Ehre Daut starten sie den Motor nennen sie uns auf Kur zum Brickmore anwesend gehen wuuu mach die und die wieder fahrtüchtig und wir haben alles gesammelt und fast sogar alles Gold aber ok es gibt so Münzen die lagen irgendwo ganz einsam auf irgendeiner hohen Plattform oder Lampe so weißt du da habe ich mir gedacht äh kein kein Bock drauf Gegner eliminiert was ich hab keinen getötet ich hab keinen getötet waaas ist das asozial ich hab keinen getötet ich hab niemanden getötet oder zählt der 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 Opa jetzt dazu weil ich das Toll jetzt kriege ich meine Errungenschaft nicht die ich haben wollte ey ist das asozial oh ich hasse es die Brickmoos waren eine alte Familie aber schon vor einer Generation Pleite seitdem hat das Anwesen zwei Banden beherbergt einen Schmugglerring unzählige Ratten und jetzt die Brickmore Hexen ich hab sie nie beachtet aber nun hat sich eine Malerin namens Delilah an die Spitze des Zirkels gekämpft und sie hat irgendwas irgendwas probiert ein Ritual aber wozu der Outsider weiß es ich hasse Geheimnisse ja und ich hasse dieses Spiel dafür dass es mir einen Kill angerechnet hat obwohl ich keinen Kill gemacht hab so gefallen erstmal kaufen wieder so ok tja was können wir kaufen also Betäubungswolzen Mabel wieder voll Würgenstaub können wir wieder voll machen Wolzen interessiert mich echt nicht aber komm Mabel auch voll so wir haben jetzt 2500 Münzen äh Blitzminen Blitzminen Würgenstaub ja Bolzenkapazität so Explosivbolzenkapazität oh oh gibt's auch noch zweimal ach du Scheiße also ich könnte zwei davon nehmen oder die zwei dann sind die weg ach komm ich hol den hier und den Explosivbolzen so das ist das was uns noch fehlt ja achso Bolzen so immer alles auf Maximum Kauf oh kaufe mindestens acht gefallen hab mich umgesehen Sir die Eingangstür ist verschlossen und es scheint fallen zu geben ich habe außerdem einige Statuen von dieser die Leila gesehen weiß nicht was das bedeutet aber ich wollte es erwähnen das bedeutet Ärger sonst noch was sie betreten und verlassen das Haus aber ich weiß nicht wo tut mir leid Sir das ist alles das reicht mir jetzt übernehme ich cool cool ok ernsthaft wie bischös ist das denn ichなく mal mit ной nach ob hin vor 7 Metà in Agent wie die mit ent Ich hab alles gekauft, was ich wollte, ne? So reicht. Hab mich umgesehen. So, erstmal speichern. Und wie schön das hier ist, ne? Oh, das ist direkt an so einem See irgendwie, so. Boah, das wird bestimmt... Ich wette, ich bin hier sieben Folgen unterwegs. Das wird ultralang dauern, bestimmt hier. Mal guck dir das mal an, wie riesig das ist. Oh mein Gott. So, Ufer. Sie sind mir auf der Spur. Ohne wird erstmal hierbleiben müssen, müssen wir mit dem Boot weniger können. Aber den Schlüssel des Meisters nehm ich mit. Habe ich keine Ahnung, als die Felsen beim Wasser waren zu erkennen und querfelle ein zu fliehen. Ah, suche das Ufer. Ab. Er hat Eis. Meins. Das, was ich suche, ist wahrscheinlich das da. So, 150 Coins. 1, 2, 3. So, was haben wir denn bekommen? Zäh. Erlittener Schaden wird resultiert. Gesamte Bewegungsgeschwindigkeit verringert sich. Das ist doch scheiße. Du? Ich hab das hier. Das ist doch schon... Ich hab schon das Beste, was ich haben will eigentlich. Außer den Leichenbestatter. Den hätt ich gern nicht mehr. So, äh... Mach das nochmal aktiv. Man muss echt aufpassen, wo man hier hinläuft, weil das da ist ja eine Falle. Ah, okay. Verstehe. Oh, das sieht so scheiße aus mit dem Weiß hier, ne? Merkwürdig, Sir. Ich hab im Hof einen Hund getötet. Aber er stand sofort wieder auf und hat mich verfolgt. Ich musste ihm den Schädel zertrümmern. Danke. Diesen T-Mesh zwar jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber... Boah, sieht das geil aus hier, ne? Aber da oben geht's doch auch noch weiter, oder? Ist hoffentlich alles in Ordnung, Sir. Ja. Ich lasse mir das eine Bade der nächste Mal hier liegen. Okay, äh... Das ist also das Anwesen. Joach. Ne? Also... Sieht ganz cool aus, muss man mal sagen, ne? So, überall, wo diese Blumen sind, bin ich schon misstrauisch. Kaa, kaa! 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 Der Hans da ist. Also hier ist noch eine Dark-Hobine, das ist natürlich mega geil. Der Hans da ist. Sehr schön. Ich will alle Fähigkeiten einmal freischalten, deswegen... ...marsch die hier noch. Wie kostet das? Drei Runen, drei Runen. Ich frage mich nur, ob ich die ganzen Runen herbekommen soll. Komm, das kostet noch fünf Runen. No, what the fuck? Wie soll man denn dann so viele Runen kommen? Das ist doch nicht möglich. Aber vielleicht gibt es auch keine Errungenschaft mit, ich halte alle blablabla frei. Und wo? Das ist doch nicht möglich. 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 viele Brickmore Witches. Ach stimmt, das ist ja auch ein Mikrofon. Stimmt. Drei Hunde sind da. Da muss ich unbedingt so eine... Oh, das ist aber schön, dass du hier oben gehst. Die sehen echt... Ich muss das mal sagen, die sehen echt schön aus mit diesen Rosen, ne? Das sieht echt cool aus, muss man mal sagen. Aber die Nadeln sind mir ein bisschen... Die haben überall Nadeln im Arm. Guck mal, da. Aua. Also von dem Design her finde ich das richtig geil gemacht. So, da ist Nummer 1 weg. Ich dachte, ich hätte den Hut gehört. Die Scheißwunde muss ich irgendwie deaktivieren. Oh. Kommst du zu mir? Den Gefallen müssten sie mir aber nicht tun, meine Dame. Ahaha. Ahahah. Ja, das ist nice. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist nice. 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 Das ist gute Ablenkung, glaube ich, ne? Ich hätte doch einen Walöl-Tank Dings schießen können Dings schießen können Na gut Hier liegt noch einer Den brauche ich gleich Obwohl, ich wollte noch nach oben, ne? Als ob die mich von da hinten sieht Ich muss es aber neu laden Hä? Warum hat der jetzt auf einmal den Scheiß-Assassiden? Alter Okay Moment So, ich setze dich jetzt auf 0 Und danach auf 7 zurück So Du hast keine Berechtigung, hast du es hier nicht ? Ich werde jetzt ein Walel-Tank Ich werde jetzt ein Walel-Tank Oh, guck mal, da oben kann man rein. Oh, hier in die Ecke mit dir. Gibt's hier noch was? Ich glaube, hier hinten gibt's noch Geld. Oberhalb. Da gibt's noch was. Eine Kupfstule. Hi. Danke. Cool. Oh, da oben kann man auch rein. Was? Warum ist das so ein bisschen? Naja, egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahinten. Haut rein. Und tschüss. Wann, warum hab ich grad gestorben bin? Keine Ahnung. Mit vollem Leben. Keine Ahnung. Und tschüss. Vielen Dank.